Servus hier Schlawiner, hier ist wieder Knochen, zusammen mit Kaiser Franz. Hoi. Ich fahre heute Svetlana, die Sviatlana Kreuzer, den Svetli, oh Gott, den Sviatlana Kreuzer Rang 4 bei den Russen in Dienst gestellt, 1928, ist ja fast das modernste Schiff hier gerade. 15 Einzelgeschütze haben wir, 130 Millimeter, 11,3 Kilometer Reichweite maximal, vier Drillings-Torpedowerfer mit 450 Millimeter Torpedos und fahren maximal 5 Kilometer. Eine Reichweite von maximal 5 Kilometer, wir fahren maximal 29 Minuten. Madame ist mit einem Kawachi-Schlachtschiff unterwegs, welches sie sehr gut kennt, eben gerade gekauft hat und ja, das ist eine Wolke, wa? Hm. Ach, wofür macht man die Wolken? Ja, kannst du ja nicht, können nur zerstören. Okay. Hast du nur gerade geschossen, oder was? Nein, ich doch nicht. Dann war es jeder andere Vogel. Ich kann ja gar nicht schießen. Nee, du bist nur am Laden, ne? Hm. So. Frau Kaiserin ist mein Zeuge, eben gerade habe ich 5 Kills gemacht mit Svetlana. Ja. Und ich war der beste Spieler. Das stimmt. Wird natürlich jetzt nicht mehr passieren. Man kann ja nicht alles haben. Mhm. So, da sehe ich schon Kuma. Kann man jetzt schon mal schießen? Ich noch nicht. Oh, und Finne ist da und oh Gott. Das geht ab hier. Boah, ich drehe mal ein bisschen. Vergiss nicht, dass du... Oh, ich werde beschossen. Dass ich? Ich werde schon der beschossen. Ja, dass deine Geschütze so langsam drehen, ne? Wie ist hier alles? Alles langsam. Ja, 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 das ist wohl so. Und ich muss jetzt drehen. Ich muss die ganze Zeit in Bewegung bleiben. So falle an die mich weg hier. Gott, ist da langsam. Schnelles Ander. Weil so, als ich das erste Mal die Kavatschi gefahren bin, dachte ich, ey, das Ding steht doch in der Luft. Steht doch im Wasser, ey. Das bewegt dich doch gar nicht. Oh, ich werde richtig hart getroffen. Ich habe schon... ...der Betreffer eingesteckt. Ich muss eigentlich echt weg hier. Ja, verdun mal vor. Guck mal, du hörst ja immerhin mehr aus, ne? Dein Vorteil. Ja, toll. Pass auf, dass... Irgendwas hat mich getroffen. Ja, da muss auch aufpassen, der Zerstörer könnte ja auch Tropelos ausknallen, ne? Ich versuche jetzt eigentlich, den Zerstörer irgendwie zu schützen. Oh, ich meine, ich glaube, ich überlebe das nicht, echt. Wir haben... ...den blöden Weg genommen. Oh, nein. Hast du die T-Taste? T-Taste? Was ist denn die Tarnung? Ach, nein. Unten, da siehst du auch, wo deine... ...wo deine Munition ist. Ja, was ist damit? Ist da eine T-Taste? Ja! Ja, da würdest du Leben auffrischen. Aber kannst du, wie gesagt, musst du weise einsetzen, weil du kannst das nur alle zwei Minuten machen. Ah, weise einsetzen? Mhm. Irgendwie bin ich in Panik jetzt. Boah, da geht's immer gut los, da. Ja, Johanna. Versuch mal wegzufahren, da. Ich versuche es aber, ich glaube, ich habe das verkackt, total verkackt. Ja. Ich kann nicht mal das Feuer löschen. Drück mal auf 7. Oh, ich bin so doof. Oh, du bist, oh, die zerschießen dich richtig. Ja, ich bin ja voll auf die noch losgefahren. Und nicht dann. Das... Das ist so... Boah. Ich... Sei mir nicht böse, aber ich komme nicht mehr. Drück mal T, hast du schon Tegel drückt? Ja, habe ich schon. Das bringt mich. Das liegt an dem Schiff. Ja, klar. Das ist zu langsam. Das ist nicht meiner. Aber ich muss den jetzt fahren, ne? Damit ich weiter... Ja, bei dem Flugzeugträger haben wir es ja. Aber wie schnell der versenkt, der kann ja nicht mal so schnell fahren, wie er versenkt. Schön, das hat Spaß gemacht. Das war nicht klasse. Ich war die beste von unten. Weiße. Die letzten werden die ersten sein, irgendwann heißt es, ne? Ja, ja. Aber so schnell, das hat schon wieder... Das ist knapp hier. Ich will eigentlich auch nicht weg aus dem Bereich hier, ne? Aber... Eigentlich will ich auch nicht hierbleiben. Das ist echt so voll hier. Hier sind ja noch... Das ist ein Zerstörer, glaube ich, unterwegs. Irgendwo dazwischen ist noch ein Zerstörer. Eigentlich kann ich nicht hierbleiben. Volli, du weißt, die erste, die zerschossen wurde. Ja... Ah, ne, nicht ganz. Da war noch ein Zerstörer, ein gegnerischer Bordier. Ja, dann freut mich das. Don Andi. Das Schiff gefällt mir nicht. Es ist schwierig, ja. Ich meine, so Miyogi oder so später ist eigentlich ein bisschen besser, ne? Obwohl es relativ langsam ist. Oh, ein Zerstörer. Ich kriege ein Treffer auf den ein. Ein Treffer auf den verkackten Zerstörer. Noch ein Treffer, aber keine Brände. Ich brauche Brände auf dem Teil, ey. Okay, der Kunigel, der Kunigel, der Kunigel labelt sich ein. Das ist die Tür. Das ist die Tür. Ich zeige dir erst mal nicht, wie ich sehe, wie ich halt das gegnerische Finnen hier beballern. Das ist die Tür. Ich zeige dir die ganze Zeit von dem Schlaggeschiff, die... ...schoss hier, ne? Prozent nicht zu kommen oben ist er das ist doch nicht deswegen nicht zu lassen ich beobachte ob du richtig schießt ja deswegen habe ich mich nur kennenlernen lassen das so nun gut ich meine es ist schön dass man leere zu gut ich glaube das sind so viele der verkackte Zerstörer wird die ganze Zeit immer noch sieben die Haken und das ist ja bestimmt so ausfälle erhältst du bist achten ich bin dabei ich muss halt weiter vorhalten lad nach man oh ja das sieht gut aus ich glaube der hat repariert m er brennt ja macht den fertig das war nicht so einfach weil er kommt natürlich schon ziemlich nah jetzt ich glaube ich schieß weiter der Typ will einfach nicht aufgeben m d die gibt immer noch mal ok pro irgendwo gegen die Insel, ja, wo, 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 wo. Du schaffst den. Ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja eher darum, dass... Oh, nochmal, Esel. Ja, ich bin kollidiert scheiße. Jetzt kann ich mich ficken. Ich bin ganz schnell weg, auch ganz schnell. Ja, ist er, aber das ist noch eine andere Reichweite, das ist das Problem. Aber der Schiede schießt woanders hin. Im Moment noch. Torpedos auf Feuerbord. Hier kommen Torpedos. Hinter mir ist auch eine Insel. Scheiß die Wand an, ey. Ja. Pass mal auf, ich muss einfach wieder ins Gefecht rein, hier. Scheiße, ich brauche Feuer, da stürzt sie, ihr Motherfuckers. Oh, hier ist einer, der ist fast tot. Da muss ich mal rauf. Don Andi. Ich meine, das ist schon eher lackermäßig hier, ne? Die hat mich ja locker wegballern können. Ja. Ohne Frage, ich habe einfach Glück gehabt hier. Du machst die Insel kaputt. Weil ich jetzt auch ein bisschen nervös bin, ehrlich gesagt. Machst du es gut. In die Hose geschissen. So schaffst du es da. Topo. Und jetzt lass mich doch mal aus dieser verkackten Insel raus hier. Jesus verfickter Christ. Oh, oh. Ja, 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 und das noch ein anderer. Der hat noch richtig voll Leben, ey. Aber wie oft soll ich eigentlich um Unterstützung bitten, echt? Bitten. Oh, je, 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 je. Und von links kommt da auch ein. Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Problem gelöst. Das wird jetzt eigentlich nicht so witzig. Nein. Okay, ich kann nicht mehr reparieren. Türme ausgefallen. Reparieren kann ich nicht mehr. Jetzt ist es eigentlich nur so ein... Du musst aufeinander ballern, weißt du? Hm. Jetzt geht es einfach nur darum, wer macht die meisten Treffer so in der Art, ne? Oh, ich brenne auch noch. Hm. Ja. Ich versuch mal was. Oh. Oh, das ging auch voll daneben, ey. Der fährt, glaube ich, auch nicht mehr. Kann sein. Hm. Ich brenne ab. Ich werde abbrennen. Ich werde nicht reparieren können, scheiße. Und der wird mich gehen. Aber der kriegt ja... Eigentlich müsste er jetzt auch noch was von dem Ding mitkriegen. Was von dem Ding? Von deinen... Wie heißt die? Nee, die Torpede sind schon abgestorben. Der war über fünf Kilometer entfernt und ich habe eine Reichweite von fünf Kilometer. Schade. Wer hat er noch so hier? Oh, dann wird es gleich die nächsten zu hauen. Hup. 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 Jetzt haben wir nur noch zwei. Schade eigentlich, ne? Und der ist auch fast... Ich springe hinterher. Jeder, auf den ich springe, der ist fast tot. The curious one. Eintreffer noch und der ist weg. Und die haben noch vier Schiffe, ne? Oh Gott. Gut, lassen wir noch eine Runde machen. Mhm. So, also ich bin immer noch mit der Svetlana unterwegs. Mal da, mit der Kavachi. So. So. Ja. Und, ähm... Ja. So, wir sterben jetzt nicht. Hat sich ja richtig gut geschlagen gerade mit Neutreffern. Das ist so beinig. Neutreffer im Coop, allerdings. Aber gut. Ja. Also... Du musst das aber nicht alles erzählen. Ja. Ach so, ja, stimmt. Hat mal abgemacht. Nicht erzählen. Ja. Wofür ist dieser Knopf hier? Alles klar. Was hast du rausgefunden? Und der hier? So, oh, da kommt schon der erste Gegner. Dwarven. Rechts oben. Ah, jetzt nicht. Kannst ja eh noch nichts machen. Ich bin auch irgendeiner geworden. Schnecke. Ja, die japanischen Schlachtschiffe am Anfang sind noch nicht so knaller. Sind die irgendwann besser? Ja, schon. Oh, ich glaube, ich muss gleich und niesen. Hachi. Schon vorab? Oh, Gesundheit. Dankeschön. Äh, Entschuldigung. Musst du jetzt gleich nochmal kommen und nimmst. Nee, ich reiß mich zu sagen. Ich glaube, der Typ verzwiebelt sie hinter die Insel. Ich glaube, er ist nicht alleine. Nee, er brennt auch ein bisschen. Und? Jetzt sehe ich den nicht mehr. Aber ich wurde schon entdeckt. Jetzt sehe ich ihn wieder. Aber das ist jemand anderes. Das ist jemand anderes. Oh, ja, da sind mehrere. Oh, ja, 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 ja. Oh, ne. Oh, ne. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, und da bin ich jetzt mit dem drin. Ich muss ganz schnell, oh, fuck. Oh, ich werde so beschossen. Ich glaube, ich... Das wird meine kürzeste Runde hier. Alter, Fotzen, Späde. Bei mir wird nachgeladen. Die zur... Mein mich richtig hier. Ja. Keine Ahnung, ob ich noch wegschaffe. Ich würde dir gerne helfen, aber ich glaube, die nehmen uns auch gleich. Ich kann nur noch wegfahren. Ja, gut, der hat aber auch mehr aus, ne? So, ich kann nicht mehr steuern. Ich werde einfach zerschossen hier. Oh, ich bin schon weg. Ich bin der Erste, der zerschossen wurde. Davor war ich es und jetzt... Jetzt haben die mich... Oh, was für ein Scheiß, ey. Das regt mich auf, weil wenn ich bedenke, was für eine Runde wir schon hatten, ne? Wo ich der Beste war und jetzt ohne Kacke hier, man. Alter. Wir sind... Wir haben aber, glaube ich, die gleiche Richtung genommen wie davor und da sind wir auch so abge... Auch so Feuerlob. Oh, ne, Vector, Vector, Kaiser. Oh, Mann, ist das scheiße, ey. Ich reg mich gerade für mich selber auf. Aber okay, auch so eine Matches gibt mal, mein Gott, und jetzt habe ich es blöderweise aufgezeichnet. Ist das scheiße. Alter. Ey, wer hätte das gedacht, dass sich alles da auf diesen Punkt konzentrieren, ne? Hm. Weg. Oh! Hast du schon Leben aufgefrüscht? Ne, noch nicht, also. Du hast gesagt, man soll es schlau machen, ne? Ja, aber du kannst ja dreimal verwenden und bevor du jetzt hier irgendwie... Das war Tee, ne? Ja. Wieso schießt du ins Wasser? Ich... Ich hab... Ach so! Wieso schießt ich denn? Der Grey Wings versucht, sie zu verfolgen, ne? Ja. Aber er ist auch gleich weg. Und da kommt noch ein Zerstörer. Oh, dieser Grey Wings hat echt einen weggekillt. Und jetzt ist er weg. Es sind zwei jetzt weg dort, äh, also fahren wir Kreise, fahren wir wieder hin dort. Hm. Und immer das Geschütz mitziehen, ne? Ich dachte, das geht automatisch. Ja, aber wenn du drehst und nicht das Geschütz mitdrehst, dann zeigt das ja irgendwann in eine andere Richtung. Guck mal, der Zerstörer ist da. Jetzt direkt links, äh, rechts neben dir. Zerstörer. Ach, der da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du musst dir mal angewöhnen, nicht immer voll zu drehen. Jetzt ist ja Zerstörer auch weg. Also du musst versuchen, irgendwie voranzukommen, aber trotzdem so, dass du eine Breitseite schießen könntest. Hm. Guck mal, da ist jetzt noch ein Bogatür, äh, Kreuzer. Hm, süß. Ja, den könntest du jetzt treffen. Weil das nicht vergessen, weil die Geschütze brauchen länger, bis sie... Ich glaub, du hast getroffen. Hm. Richtig schauen bekommen. Ja, aber der lehrt nach. Das dauert mir zu lange. Das ist ein Nachladen. Das ist doch total Bullshit mit dem Nacken. Ja, der ist jetzt auch weg. Unser Sieg ist in Sicht. Das musst du wieder drehen, weil sonst... Ja. Du siehst sie gleich nicht mehr, weil... Oder du fährst langsamer, wenn die... Und wartet darauf, dass sie, äh, hinter der Insel wieder vorkommen. Ich fahr doch langsam. Ich fahr doch langsam. Ganz so mal geht nicht. Man, wie es sehr umgedreht hat, das baut ja eine Ewigkeit. Oh, hat noch geladen. So, einer kommt gleich raus, der ist jetzt weg. Jetzt fahr einfach direkt geradeaus zu, äh, sodass du dann an die Insel vorbeischauen kannst. Hm. Das ist nämlich auch ein Schlachtschiff, da... Der hält ein bisschen mehr aus. Dann hab ich noch nicht in Sicht. Imperator Nikolai ist, glaube ich, auch ein Premium. Jetzt kommt er gleich hinter der Insel vor. Sehr. Aber es ist nicht getroffen. Doch. So, ich hab getroffen. Und den kann ich besser. Trümmer ein bisschen nach rechts. Echt? So ein bisschen, ja. Weil dann ist das andere geschützt, das hintere auch schneller in Richtung. Mehr nach rechts. Noch mehr? Ja. Weil der ist jetzt so nah, den kannst du ja gar nicht mehr verfehlen. Gedreht. Ja, und der hat ein bisschen Leben aufgefrischt. Oh, jetzt hab ich ein bisschen... ...verfällt. Du kannst auch gedrückt halten, ne? Dann feuerst du ja alle hintereinander ab. Oder doppelt den Kick und dann feuerst du alles auf einmal ab. Hm. Das muss jetzt auch kosten, weil der wird jetzt... Isolette, Ersohn. ...dich auch beschießen. Oh Gott, du hast kritischen Treffer abgekommen. Echt? Ja. Weil du hast so viel Leben gerade verloren. Nach rechts. Immer ein bisschen nach rechts. Oh nein. Lass mich in Ruhe bringen. Jetzt hast du zu weit gedreht. Der fährt dir die... Zu weit? Ja, das war eigentlich zu weit. Weil der fuhr eigentlich so gut jetzt auf dich. Du hättest ihn sehr gut treffen können. Aber ist okay, versuch einfach weiter... ...hin im Visier zu halten und zu schießen. Ja, den nachgeladen hat. Ich glaub du vielleicht senkst den gleich. Wenn du Glück hast. Äh, zu langsam. Okay. So, jetzt hast du noch einen anderen Zerstörer. Äh, ein anderes Schlachtschiff da vor dir. Hm. Ich war nur Iron. Oh Gott. Und der hat schon Pfiff gekillt, ne? Oh, der ist jetzt auch weg. Wir haben gewonnen. Scheiße. Was für ein Match. Ich als erster weggefetzt worden hier, ne? Ist das scheiße. Dann müsstest du eigentlich besser sein als ich. Ich bin der Letzte. Ey, das hab ich schon ewig nie mehr gehabt. Aber jetzt würde ich dir gerne so einen Film vergeben. Klar. Ey, wann war ich denn mal der Letzte? Du hast mich noch nie als Letzten gesehen. Ne. Doch. Aber nicht in diesem Spiel. In gar keinem Spiel. Kann gar nicht sein. Doch, hab ich. Lüge nicht rum. So, also vielen Dank fürs Zuschauen. Da lasst doch ein Abo, würde mir helfen. Und euch tut es ja nicht weh. Und das war auch das letzte Mal, dass ich mit Kaiser Franz spiele. Dann viel Spaß noch beim nächsten Video. Also haut rein. Tschüss, tschüss. Ja. Tschüss, tschüss, tschüss.